So, jetzt sollte alles gehen. Ja, einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Hallo an alle. Boah, das war jetzt ziemlich knapp. Ich habe um ein Haar, habe ich den, äh, habe ich den Stream nicht gestartet gekriegt. Das war ja wirklich so. Jetzt muss ich mich hier noch mal kurz ein bisschen einrichten. So, ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Ich bin schon ziemlich aufgeregt und dass schon so viele Leute auch im Stream sind. Und, äh, ja, dann deswegen erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für die tausend Abonnenten, die ich schon habe, ja, die über tausend Abonnenten. Und, äh, ja, dann würde ich gleich mal sagen, wir schauen mal nach, wie denn der Ablauf für den heutigen Tag ist oder für den Nachmittag. Habe ich hier schon mal eine kleine Agenda vorbereitet. Und zwar werde ich jetzt, ähm, gleich Arch Linux installieren. Ja, auf einem UEFI-System mit ButterFS als Dateisystem, wo wir dann ein paar Subvolumes erstellen. Das habe ich hier jetzt schon mal, ja, aufgedröselt. Äh, dieser Snapshots, ähm, Subvolume, der ist nur notwendig, wenn du Snapper installierst. Wenn du also nur Timeshift mit Autosnap installieren möchtest, dann brauchst du den, äh, Snapshots Subvolume nicht. Ja, ja, Gnome42 on Wayland mit Pipewire und ZRAM als Alternative zu einem regulären Swap. Und, äh, dann haben wir, ja, genau, Snapper, äh, wurde sich, wurde gewünscht. Ich wollte ursprünglich nur Timeshift mit Autosnap machen, weil es am schnellsten geht, aber Snapper wurde gewünscht. Und, äh, ja, und zum Schluss machen wir dann ein Q&A, weil ich habe mir so gedacht, ich will jetzt ja nicht die ganze Zeit immer auf den Chat gucken, weil das ist ein bisschen sehr anstrengend, dann immer hin und her zu gucken. Ich würde mich dann schon gerne dann einfach erstmal auf die Installation soweit konzentrieren. Und falls dann Fragen sind, einfach nachher zum Schluss, wenn ich dann, äh, soweit durch bin, äh, dann können wir dann nochmal vielleicht drüber reden, Fragen beantworten. Einfach auch so, muss ja auch nichts mit Linux oder zumindest nicht mit Arch Linux oder so zu tun haben. Sondern einfach mal so. Ja, trotzdem will ich mal ganz fix nochmal einen Blick hier in die Teilnehmerliste werfen. Äh, sind viele, viele bekannte, ja, Gesichter mit dabei oder Gesichter, bekannte Namen, die ich jetzt schon kenne. Äh, PinguinTV zum Beispiel, herzlich willkommen, schön, dass du das auch geschafft hast. Wer PinguinTV noch nicht kennt, bitte einmal abonnieren, auch PinguinTV macht super tolle, äh, Linux, äh, ja, Videos und Vorstellungen zu Betriebssystemen und so weiter. Dann, äh, ja, äh, F-Society, da habe ich mir schon gedacht, dass das da Luis ist. Herzlich willkommen, schön, dass du es geschafft hast. Und, ja, frugale finanzielle Freiheit, der Christian, der ist auch da, sehr schön. Herzlich willkommen. Ken ist düster, kenne ich auch. Und, ja, den Rest, ja, herzlich willkommen nochmal. Gut, so, dann, äh, würde ich sagen, starten wir mal durch. Und ich würde sagen, ich gehe dann jetzt hier mal auf Vollbild. Genau. So. Dann, äh, einmal hier. Äh, ach so, ganz kurz noch, äh, ein wichtiger Hinweis. Und zwar, ähm, in der Videobeschreibung, jetzt auch unter dem Stream, findest du eine komplette Anleitung oder meine Anleitung, die ich jetzt gleich benutze, zum, äh, ja, Installieren von Arch. Äh, da einfach, äh, öffnet so eine Pastebin-Datei, äh, also im Pastebin, da ist dann alles aufgelistet. Und dann kannst du einfach mitmachen oder für später einfach mal zum Nachmachen dann, genau. Gut, soll erst mal so, äh, bleiben. So, ja, ich sehe gerade, Erika ist da. Erika kenne ich persönlich, Erika Wagner. Hi, hi. Echt cool, aber ich bin auch total aufgeregt. So, wir fangen aber mal an mit, äh, einer virtuellen Maschine. Oder nein, wir fangen erst mal an mit Arch Linux, äh, die Webseite. Und zwar auf archlinux.org, einfach hier oben rechts auf Downloads gehen und dann kommt man hier zu den, äh, neuesten Downloads. Die letzte Version von Arch ist vom 5.4., also wirklich sehr, sehr neu. Und, äh, ja, einfach runterladen, am besten als Torrent. Das entlastet immer ein bisschen diese Spiegelserver. Ansonsten gibt es hier unten halt haufenweise Spiegelserver, die man sich auswählen kann, um, das ist, um die ISO runterzuladen. Die ist auch nicht so neulich groß, also knapp 800 Megabyte. So, dann, also eine virtuelle Maschine erstellt. Einmal weiter. Dann machen wir Downloads. Dann habe ich Arch Linux. Das ist dann diese hier. Sehr gut. So, weiter. So, Speicher. Ich nehme, ja, dadurch, dass wir jetzt im Livestream sind und der jetzt natürlich ein bisschen Rampf ist, würde ich sagen, 4 Gigabyte reichen. Ich glaube, das sind 4,96. Dann werde ich, äh, du, 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 CPU, jetzt darf man nicht übertreiben, 6 Kerne sollten reichen. Und ein bisschen Festplattenspeicher. Ich nehme mal 30 Gigabyte auf einer Festplatte. Das denke ich mal, sollte ausreichen. Und dann machen wir weiter. UEFI-Installation soll es ja sein. Und, äh, ja, dann haben wir es im Prinzip alles soweit. Boot werde ich hier mal aktivieren, weil wir nachher nochmal auf die Live-ISO nachher drauf zugreifen wollen, sobald die Installationen durch sind. Und, äh, ja, der Rest kann einfach so bleiben. Einmal speichern und Installation beginnen. So, dann, äh, genau, dann haben wir hier, das, äh, ist der Linux-Loader, nehme ich mal an. Das wird, äh, also ist kein Grub. Einfach Enter drücken und dann, äh, wird in die ISO rein gebootet. So, und das Ganze ist, äh, für alle die, die jetzt grafische Oberflächen so toll finden, das Ganze wird hier alles ausschließlich in einer Konsole passieren. Also, hier gibt es keinen grafischen Installer. Es gibt wohl, ähm, ein, ähm, so ein Skript, so ein Installations-Skript, was man nutzen kann, um, äh, Arch Linux zu installieren. Es gibt auch viele im Internet. Und, äh, wir installieren hier aber heute alles komplett über die Konsole. Also ohne irgendwelche fertigen Skriptes, ohne irgendwelche automatischen Wizards. Und hier steht auch schon, wie man sich mit dem Internet verbinden kann. Also, falls du zum Beispiel Arch auf einem Laptop oder so installieren möchtest, dann, äh, gibt es auch die Möglichkeit, sich hier per WLAN mit dem Internet zu verbinden. Einfach IWCTL eingeben, dann die, äh, den, den, den Routernamen und Passwort und dann ist man verbunden. So, ich werde jetzt allerdings, ähm, das Ganze hier nicht über dieses virtuelle Maschinenfenster installieren, sondern ich werde das Ganze über SSH machen und dann über meine richtige Konsole. Sieht ein bisschen besser aus, auch für, für euch zum Zusehen. So, das heißt, als erstes, äh, LoadKeys. Erstmal muss ich mein Tastaturlayout ändern. DE, Bindestrich, nein, das ist der Bindestrich, latin 1. So, und dann habe ich nämlich jetzt hier eine deutsche Tastatur. So, dann, ähm, machen wir ein Passwort, PassWD setzen und dann nehme ich, äh, root, root. So, dann haben wir jetzt hier schon mal ein Passwort gesetzt und mit IP und A kann ich jetzt meine IP-Adresse anschauen. Und das ist dann, äh, hier in pink die, äh, 192, 8, 168, 30 und dann 138. So, und deswegen gehen wir jetzt hier wieder raus und hier wieder zurück in das Terminal. Clear, so, und dann SSH. So, dann, äh, root, add und jetzt nochmal 192, Punkt, 168, Punkt, 30, Punkt und jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich glaube, es war 158. War doch, nee, das war falsch. Ich, 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 ist, 138, okay. 138, so, erstes großes F, 138, so, jetzt, dann einmal Yes. Dann das Passwort, was ich eben vergeben habe. So, und jetzt sind wir halt hier in dieser Konsole, sieht ein bisschen, ist ein bisschen besser zu kontrollieren. Und, äh, das ist überhaupt dann zu empfehlen, wenn du es zum Beispiel auch in einer, in einer virtuellen Maschine machst, über VirtualBox oder auch, äh, WordManager. Dann, äh, mach das über SSH. Dann kannst du die ganzen Befehle halt copy-pasten und brauchst sie nicht manuell eintippen, weil dieses Kopieren und Einfügen funktioniert halt in diesem virtuellen Maschinenfenster nicht so, nicht so richtig gut. So, dann, ja, doch, mach mal Clear. So, dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal richtig los. Ähm, was müssen wir als erstes machen? Natürlich die Festplatten formatieren und partitionieren und dann formatieren und dann, äh, das, äh, System eben dann drauf installieren. So, wir schauen mal, welche Festplatte wir haben mit LSBLK. So, dann haben wir hier VDA. Ich sehe jetzt hier gerade schon mit einem Auge, äh, genau, keine Install-Skripts benutzen, denn nur die Harten kommen in Garten von Aira Stark. Genau, ähm, und Aria war es auch die, äh, die mich, die oder er, ich bin mir nicht sicher, ich nehme mal an, ist eine Dame. Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch. Aria Stark hat mich auch dazu über Redeznapper, äh, hier heute mit, äh, zu integrieren. Vielen Dank nochmal dafür, sehr gute Entscheidung. So, dann, okay, also VDA ist die Festplatte und die werden wir jetzt partitionieren mit G-Disc. So, dann, äh, device, äh, einfach slash dev slash VDA. Und dann wurde jetzt hier ein GPT-Label automatisch erstellt, weil wir ja ein UEFI-System haben. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit N. N for new, also eine neue Partition erstellen. Wir nehmen Partition Nummer 1, das ist in Ordnung. Dieser erste Sektor ist ebenfalls in Ordnung, den lassen wir so, wie es ist. Und der letzte Sektor beschreibt jetzt die Größe der Partition. Und als erstes, äh, die erste Partition soll die Boot-Partition sein. Und da sage ich jetzt einfach mal 300 MB, denke ich mal, sollte ausreichen. Und die, äh, das Label soll ein EFI sein. Also EF00 wäre dann das Label. Ansonsten, wenn du jetzt nicht weißt, welcher Hexcode da genutzt werden muss, einfach ein großes L eintippen und dann wird alles aufgelistet. Und ich weiß das jetzt einfach, da müsst ihr mir jetzt einfach mal vertrauen. So, dann, äh, new. So, Partition Nummer 2, das ist in Ordnung. Erster Sektor ist in Ordnung. Letzter Sektor ist auch in Ordnung. Wir nehmen jetzt den kompletten Rest. Wie gesagt, eine Swap-Partition werde ich jetzt hier nicht erstellen. Dazu haben wir nachher ZRAM. Und der Hexcode, das ist dann die 8300, der standardmäßig ist. Den lassen wir auch. Und dann kann ich zum Schluss einfach mit W schreiben. Und mit dem Y nochmal bestätigen, dass ich das auch machen will. Und dann ist fertig. So, jetzt bin ich wieder im Prompt. Mit STRG L kann ich hier ein bisschen das Display aufräumen. So, dann sind wir jetzt mit dem Partitionieren durch und müssen das Ganze jetzt formatieren. Die Boot-Partition wird als FAT32 formatiert. Und das machen wir mit mkfs. Punkt und nämlich wie FAT. Das sollte ausreichen. Und dann im Prinzip einfach slash dev. Ach so, warte mal. Bevor wir, ich will es ja wirklich Schritt für Schritt. Ich weiß ja, dass es jetzt VDA1 ist. Aber LSBLK. Können wir nochmal anschauen, wie die Partitionierung jetzt aussieht. Ja, das heißt, die VDA wurde jetzt quasi aufgesplittet in VDA1 mit 300 MB und VDA2 den Rest im Prinzip. So, und VDA1 soll jetzt die Boot-Partition werden. Und VDA2 dann im Prinzip die ButterFS-Partition, die System-Partition. So, okay. Also nochmal. mkfs. Damit können wir ein Dateisystem erstellen und zwar ein FAT und dann slash dev slash vda1. Und fertig. Und dann machen wir mkfs.btrfs, also ein ButterFS-System. slash dev slash vda2. So. Und dann haben wir das fertig. So, jetzt müssen wir die Subvolumes, also die Subvolumen, erstellen. Denn im ButterFS-System werden ja dann Volumen erstellt. Und dazu müssen wir zuerst diese vda2-Partition jetzt in den Mount-Ordner einhängen, dass wir im Prinzip auf diese Partition zugreifen können. Und das machen wir am besten mit, ich räume mal wieder auf, zack, mit Strgung L. So, und das machen wir am besten mit Mount. Dann slash dev slash vda2. Die wollen wir jetzt einhängen in mnt. Okay. Nicht gemeckert, ist auch gelobt. Also haben wir alles richtig gemacht. Und dann gehe ich jetzt da einfach rein mit cd slash mnt. So, jetzt bin ich in diesem mnt-Ordner drinne und somit jetzt auch auf dieser vda2-Partition. Gut. Jetzt müssen wir das Volumen, das erste Volumen erstellen. Das mache ich mit b, t, r, f, s. Dann subvolume. Genau. Create. So, und das erste Volumen, was ich erstellen möchte, ist das Root-Volumen. Und das Root-Volumen wird einfach erstellt mit einem add. Ja, dieses add-Symbol. So, dann ist das Ganze erstellt. Ja, und ich brauche jetzt noch drei weitere Volumen, die ich erstellen möchte. Nämlich einmal, da gehe ich jetzt einfach mit der Pfeiltaste nach oben. Dann wird der letzte Befehl nochmal aufgerufen. Und da stelle ich jetzt dahinter einfach home. Ich möchte das home-Verzeichnis als separates Volumen haben. Und nochmal nach oben mit der Pfeiltaste. Ich möchte das War-Verzeichnis ebenfalls als eigenständiges Volumen haben. Das War-Verzeichnis ist quasi so eine Art, ja, Arbeitsverzeichnis. Dort werden Variablen abgelegt, die nachher für das, zum Beispiel zum Kompilieren und so weiter, nachher auch zugegriffen wird. Und dieses War-Verzeichnis soll nachher nicht mit in die Snapshots rein. Dafür ist es halt auch wichtig. So, einmal hier. Und zum Schluss ein Volumen namens Snapshots. So, und die Snapshots, da werden nachher die Snapshots gespeichert, die ich dann zum Beispiel im Grub auch aufrufen kann. So, jetzt können wir uns die ganzen Volumen auch nochmal angucken. Einfach mit ls. Können wir da mal reinschauen. Ja, und da haben wir jetzt hier, also auflisten, ls ist das List-Command. Und da sehen wir jetzt auf dieser Partition, auf der ButterFS-Partition, sind jetzt diese vier, ja, Sub-Volumes erstellt. Und was wir jetzt machen ist, ich gehe jetzt hier wieder raus, einfach mit CD bin ich wieder komplett raus aus dem Mount-Ordner. Und ich werde das Ganze jetzt einfach wieder unmounten, also aushängen, die Partition. Denn wir hängen jetzt gleich die Sub-Volumes einzeln ein. So, also U-Mount und dann Bindestrich, ach ne, und dann einfach mnt, ja, einfach aushängen. So, und jetzt hängen wir das, die einzelnen Sub-Volumes ein. Und da fangen wir mal an mit Mount. So, und jetzt wird es ein bisschen, ja, kompliziert, will ich sagen, weil es gibt einige Optionen, die da jetzt beim Einhängen beachtet werden müssen. Zum einen möchte ich No-A-Time haben. Das ist No-Access-Time. Das ist nachher eine Option für einen besseren Zugriff. Dann möchte ich das Ganze komprimieren mit Kompress. Und zwar ZSTD. Es gibt auch andere Kompressionsarten, die kann man dann, zum Beispiel LZO und so weiter. Das muss aber jeder für sich selber wissen. Dann möchte ich Space Cache aktivieren. Space-Cache. So, und zwar die Version 2. Wenn man das weglässt, das Version 2, dann wird es nicht funktionieren und es wird einfach nicht booten. Also hier auf jeden Fall Version 2 eingeben. Dann habe ich eine SSD eingebaut. Auch hier dann wichtig, damit dann dieses Auto-Trim oder damit das beim Einhängen dann entsprechend durch Auto-Trim auch verwaltet werden kann, um die SSD-Lebenszeit ein bisschen zu verlängern und zu schonen. So, dann Discard ist gleich Async. So, das machen wir rein. Dann Subvol ist gleich Add. Das ist unser Root-Volumen, unser Root-Sub-Volumen. Dann die Quelle. Wo befindet sich, auf welchem Laufwerk oder auf welcher Partition befindet sich dieses Volumen? Ganz klar in dev.vda2. Und wo möchte ich das hinhängen? In slash mnt. So, das sieht jetzt erstmal alles kompliziert aus. Das ist alles im Arch-Wiki, in dem Wiki-Handbuch vom Arch-Linux ist das alles ganz genau beschrieben. Wer da also mehr wissen möchte zum Thema Einhängen und Mount-Optionen, da dann am besten sich da mal ein bisschen belesen. Das wäre jetzt, glaube ich, einfach auch viel zu viel, würde ich jetzt ja versuchen, alles einzeln zu erklären. So, wir machen Enter und er hat nicht gemeckert und das bedeutet, ich habe alles richtig gemacht. So, als nächstes müssen natürlich jetzt auch die anderen Subvolumes, wie zum Beispiel Home und War und Snapshots, eingehängt werden. Das Problem ist, es existiert ja noch gar kein Home-Ordner oder War-Ordner, also müssen wir diese erstmal erstellen. Und zwar mit mkdir. So, da ich mehrere Ordner erstellen möchte, kann ich das Ganze mit p so labeln. Dann mnt slash. Und jetzt mache ich so eine geschweifte Klammer. Die geschweifte Klammer bedeutet, dass ich jetzt in einem Befehl quasi gleich mehrere Ordner erstellen kann. Dann brauche ich den Befehl jetzt hier nicht fünfmal hintereinander schreiben. So, ich brauche einen Boot-Ordner. Dann brauche ich einen Home-Ordner. Einen War-Ordner. Und ich brauche einen Ordner und den möchte ich aber versteckt haben, den versteckten Ordner namens Snapshots. Also Punkt-Snapshots. Wenn du nur Timeshift installieren möchtest, also kein Snapper, dann kannst du, wie gesagt, das Snapshots alles weglassen. Dann kannst du das auch alles so verfolgen, wie ich das jetzt mache. Nur alles, was AddSnapshots oder eben auch Punkt-Snapshots ist, kannst du dann quasi ignorieren. So, dann, ja, einmal Enter. So, das Ganze wurde jetzt hier erstellt. Und jetzt hängen wir die anderen Subvolumes ebenfalls ein. Damit ich das aber jetzt hier nicht alles abtippen muss, werde ich jetzt hier einfach mit der Pfeil nach oben-Taste mir diesen vorletzten Befehl nochmal aufrufen und jetzt hier einfach nur die kleineren Sachen hier ändern, wie zum Beispiel Home und hier Mount slash Home. Ja, also ich möchte das jetzt in diesen erstellten Home-Ordner reinhängen. So, jawohl, haben wir. So, dann wieder letzter Befehl aufgerufen. Dann haben wir noch das War-Verzeichnis oder das War-Subvolumen. Und das möchte ich in das War-Verzeichnis einhängen. Und zu guter Letzt habe ich noch das Snapshots. Und das möchte ich in Punkt-Snapshots einhängen. So, aber eins dürfen wir jetzt nicht vergessen. Wir haben noch unseren Boot-Verzeichnis oder unsere Boot-Partition. Die müssen wir auch noch einhängen. Und zwar mit Mount. Das ist ein bisschen einfacher. Da brauchen wir keine weiteren Optionen. Slash dev slash vda1. Das ist unsere Boot-Partition, die wir erstellt haben. Und die möchte ich nach slash mnt slash boot. So, das war so der erste Teil. Jetzt ist alles ordnungsgemäß eingehängt. So, und das heißt, wir könnten jetzt im Prinzip loslegen mit der Basis-Installation erst mehr. Aber zuallererst möchte ich nochmal schnell gucken. Mit lsblk können wir uns hier nochmal anschauen, wie das Ganze jetzt aussieht. Also wir haben hier vda1 ist jetzt in mnt boot eingehängt. Und vda2 ist mit seinen Sub-Volumes eben hier in Snapshots, var, home und ins Root-Verzeichnis eingehängt worden. So kann man das Ganze dann nochmal prüfen. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir als erstes Packstrap. Das ist so, das erste so, dass dieses Mount-Verzeichnis oder dieses Mount-Root-Verzeichnis, dass das jetzt erstmal mit den ersten Daten gefüllt wird, kann man das Ganze mit Packstrap machen. Das steht auch so im Arch-Wiki dann drin. Und zwar lege ich jetzt das Root-Verzeichnis fest. Das wäre mnt. Und jetzt, was ich da alles rein installieren möchte. Erstmal die Arch-Basis-Installation Base. Dann der letzte Linux-Kernel. Und die dazugehörige Linux-Firmware. Dann möchte ich Git auch haben, weil ich nachher Git noch brauche. Als Text-Editor möchte ich Wim gleich mitnutzen. Und ich nehme auch gleich AMD-U-Code, weil ich einen AMD-Prozessor habe. Wenn du einen Intel-Prozessor hast, dann machst du einfach Intel-U-Code. So, und ich habe aber AMD, also AMD-U-Code. Und dann möchte ich die Bundle-FS-Tools auch gleich mit haben. Also B-T-R-F-S-Binde-Strich-Prox. Und Snapper können wir jetzt gleich mit da hinzufügen. Dann ist das auch gleich schon da. Und dann würde ich sagen, einmal Enter. So, ich habe mich hier verschrieben. Und ich habe Pack-Trap geschrieben anstelle von Pack-Strap. Und das hat er auch erkannt und fragt, ob ich jetzt Pack-Strap nutzen möchte. Ich sage ja. Schön, dass er das erkannt hat. Und auch hier habe ich mich wieder verschrieben. Oje. Hier habe ich Firmware anstatt Firmware geschrieben. Alles klar, haben wir alles andere. Müsste jetzt richtig sein. Und ja, dann lädt er das Ganze jetzt runter. Den letzten Kernel. Und das sind jetzt 132 Pakete. Dadurch, dass ich eine ziemlich zügige Internetleitung habe, haben wir alle Glück und brauchen doch nicht ganz so lange warten. Denn die Installation geht dann doch recht schnell. So, dann gucken wir gleich mal schnell rüber in den Chat. Die gute alte Pack-Strap hat die noch. Ja, genau. Ach, herrje. So, was haben wir? Home, Snapshot wäre auf einer anderen zweiten Platte schön. Ja, kann man natürlich machen. Home, man kann im Prinzip gerade die Home-Partition auf einer separaten Festplatte überhaupt machen. Und dann nochmal eine nur für die Snapshots. Ist natürlich sehr gut und sehr sicher. Ich habe kein Networking mehr, wenn ich ihm folge. Hat F-Society nochmal geschrieben, weiter oben. Gut, kann ich jetzt erstmal nichts dazu sagen, weil da stecke ich jetzt gerade nicht so genau drin, woran es denn liegt, dass du da kein Networking... Ich glaube, das hattest du schon mal im Matrix-Chat geschrieben, dass du da irgendwie Probleme hast. Könnte man vielleicht dann auch nochmal diskutieren. So, dann ist er schon fertig. Das ging relativ zügig. Und dann würde ich sagen, als allererstes muss jetzt eine File-System-Tabelle erzeugt werden. Die File-System-Tabelle macht im Prinzip alles das, was ich jetzt eben hier mit diesem Mountain eingegeben habe. Das Ganze speichert, der muss jetzt irgendwo in eine Datei gespeichert werden, dass er bei einem Neustart zukünftig automatisch mit denselben Optionen das Ganze wieder automatisch einhängt, so wie ich das haben möchte. Und das können wir ganz einfach machen mit Gen. Oder wir räumen erstmal nochmal auf. Steuerung L. So, jetzt Gen. F-S-Tab. Also generiere die File-System-Table, heißt das quasi. Und ich nehme die UUIDs von den einzelnen Volumen oder von der Partition. Die ist quasi einzigartig. Und dann sage ich vom gesamten Mount-Verzeichnis im Prinzip. Und dann büge ich das Ganze ein in eine Datei, die sich nennt slash mnt slash etc slash fstab. Das ist die fstab-Datei. Dann sage ich einmal Enter. Und dann können wir uns das Ganze nochmal anzeigen lassen. Slash mnt slash etc slash fstab. So, so würde das Ganze dann aussehen. Ich kann es jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen kleiner machen. Das sieht man trotzdem nicht so gut dann. Okay, weil es ziemlich lang ist. Aber hier sieht man im Prinzip hier oben, das ist dann die Boot-Partition mit deren UUID. Das hat er auch hier erkannt. Boot-Partition, FAT ist das. Und hier dann die Standard-Optionen für diese FAT-Boot-Partition. Und hier oben haben wir dann zum Beispiel das Sub-Volume-Add, also das Root-Volumen. Ja, das ist hier mit dem Slash dargestellt. Ist ein Butterfs-Dateisystem. Und hier sind dann die ganzen Optionen, die ich auch angegeben habe. Ja, mit Space Cache und so weiter. Und das ist halt wichtig, dass das alles in dieser Datei drin steht. Das sollte man immer als allererstes machen. Gut, dann Clear. Und jetzt werde ich mich einfach in dieses Installationsverzeichnis reinrouten mit Arch-chroot-mnt. So, und jetzt hat sich dieses Command-Prompt ein bisschen geändert. Das ist jetzt nicht mehr rot, sondern das ist jetzt so weiß. Und das bedeutet, ich bin jetzt nicht mehr auf der Live-ISO quasi, sondern ich bin jetzt quasi Teil der neuen Installation schon. Ich habe mich quasi jetzt schon in diese neue Installation eingeloggt. Das, als ich mit Linux mal angefangen habe, habe ich das mit dem Arch-Root irgendwie nie verstanden. Jetzt habe ich das verstanden. Wenn ich jetzt hier nämlich LS mache, dann sind hier im Prinzip die ganzen Ordner, die jetzt auch schon durch dieses Packstrap-Base eininstalliert wurden oder reingespeichert wurden. Und wenn ich LS minus LA mache, dann finde ich hier sogar diesen versteckten Ordner Snapshots. Gut, dann, nächster Schritt ist die Systemkonfiguration. Damit das Ganze überhaupt auch lauffähig ist, müssen so ein paar Sachen konfiguriert werden, wie zum Beispiel meine Zeitzone. So, die Zeitzone wird erstellt mit, die wird verlinkt quasi, minus SF, und zwar User, Share. Ja, ich könnte es jetzt Copy und Pasten, aber ich finde, ich schreibe das hier lieber rein, dann könnte das ein bisschen besser verfolgen, als wenn ich hier ganz schnell immer Copy, Paste, Copy, Paste mache. So, Zone, Info. Und dann Europe. Berlin. Ja, du machst natürlich dann deine Zeitzone, wenn du zum Beispiel aus der Schweiz kommst, dann einfach Zürich eingeben dann, oder du kannst Zürich dann, Zürich ohne Übung. Ja, oder halt Wien, wenn du in Österreich bist. So, und das Ganze verlinken wir als eine Datei, die sich LocalTime nennt, und diese Datei liegt in etc. Da liegt sie übrigens noch nicht, sondern die erstellen wir jetzt, LocalTime. Und dann Enter. So, jetzt liegt sie da, und jetzt weiß das System, welche Zeitzone wir sind. Mit Time-Date-Control. CTL. Können wir jetzt noch die NTP-Zeit synchronisieren oder setzen. Set NTP. Das ist dieses Netzwerk-Time-Protokoll, nennt sich das, glaube ich. So, True. Jawohl. Hat er. So, dann muss die Hardware-Clock noch mit der System-Clock synchronisiert werden. HW-Lock. Und dann Sys-To-HC. Das sind übrigens alles Befehle, die ich mir nicht irgendwie ausgedacht habe, sondern das steht tatsächlich auch so im Wiki drin. Das ist die Installationsempfehlung vom Arch-Wiki. Da einfach dann nach und nach dem einfach Schritt für Schritt folgen. So, jetzt müssen wir noch die Locals, also meine, ja, die Sprache im Prinzip einstellen. So, Wim hatte ich mir ja eben installiert. Du kannst übrigens auch Nano installieren. Wenn du Nano besser findest, einfach Nano installieren. Ich nehme halt gerne Wim. So, dann etc. Slash Locals. Und dann Punkt Gen. Die Datei öffnen wir mal. Und da kommen wir hier auf so eine vorgefertigten Konfigurationsdatei an. Und da sind jetzt sämtliche Locals dieser Welt quasi aufgelistet. Und ich scrolle jetzt hier einfach mal ein bisschen durch, bis ich bei DE angekommen bin. Hier sind wir bei DE. Und hier nehme ich dann dieses DE, DE-DE mit dem UTF-8. Ja, wenn du aus der Schweiz kommst, dann einfach hier DE-CH mit UTF-8. Das dann entsprechend auswählen. Oder eben hier Österreich haben wir dann hier oben DE-AT UTF-8. Ja, du kannst auch mehrere Locals auswählen. Wenn du zum Beispiel aus der Schweiz kommst und du möchtest zum Beispiel auch französisch Schweiz noch haben, dann kannst du FR-CH zum Beispiel auch noch zusätzlich auswählen. Oder wenn du international und du vielleicht noch das englische Local auch noch brauchst, das US-amerikanische, dann einfach EN unterstrich EN, glaube ich, ist das. Also EN unterstrich EN. Und dann, wie gesagt, mit UTF-8 ist zu empfehlen, je nachdem auch welches Tastaturlayout du hast. Gut, dann mit ESCAPE, Doppelpunkt und X verlasse ich diese Datei wieder. Die haben wir ja jetzt quasi konfiguriert. Und mit LOCALE minus GEN wird jetzt diese Datei ausgelesen und dann diese Locals quasi im System erstellt. So, das ist im Prinzip ganz einfach. Hier in dem Falle nur eine einzige, nämlich DE unterstrich DE UTF-8. So, jetzt muss noch die LOCALE.CONF-Datei konfiguriert werden. Die dürfte aber noch nicht existieren. Die slash LOCALE.CONF. Die ist noch leer, da ist also nichts drin. Und da muss jetzt rein, lang, ist gleich, DE unterstrich, und da nehmen wir jetzt das LOCAL, was wir eben schon ausgewählt haben, und schreiben das hier im Prinzip genauso rein. Also DE unterstrich DE.UTF-8. So, das war's. ESCAPE, Doppelpunkt X, raus. Und dann gibt es noch eine Konfigurationsdatei, die nennt sich V-Konsole oder V-Konsole. Das ist im Prinzip, wenn ich das Betriebssystem starte, das Arch starte, und zum Beispiel der grafische Server, also die Grafik nicht mit startet, sondern ich direkt in so eine Konsole starte, dann möchte ich, dass von vornherein zum Beispiel mein Tastatur-Layout gleich auf Deutsch ist, ja, dass ich das nicht erst noch einstellen muss. Und das kann ich mit vim slash etc slash v-Konsole, die existiert noch nicht, die Datei, konsole.conf. So, und hier trage ich jetzt ein Keymap, ist gleich, und dann DE-Latin1. Du kannst auch nur DE eingeben, aber das hat bei mir nicht funktioniert, bei mir hat nur DE-Latin1 funktioniert, da wurde dann die Tastatur auch richtig dargestellt. Also einfach so machen, dann kannst du nichts verkehrt machen. So, dann wieder raus mit Doppelpunkt X. So, als nächstes widmen wir uns quasi dem Netzwerk, das heißt, mein System braucht ein Hostname, und die Hostdatei muss dann ebenfalls das Localhost noch erstellt werden. So, also vim slash etc slash Hostname. So, die ist hier, und die nennen wir jetzt einfach Archbox. Das kann jetzt ein Name sein, dann kannst du dir aussuchen, da kann jetzt auch Hans-Dieter Müller drin stehen, das ist also völlig egal. Wichtig ist, alles zusammenschreiben und klein. Also keine Leerzeichen und nichts. Und ich glaube, Sonderzeichen werden auch nicht unbedingt akzeptiert, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Am besten halt ein Wort, und dann ist gut. So, wieder raus. Dann einmal in die Hosts-Datei rein. So, hier steht schon ein Zweizeiler drin. Das muss jetzt aber hier noch was eingetragen werden, und zwar einmal die lokale IP-Adresse, die Localhost-IP-Adresse. Das ist die 127.0.0.1 Tab, und das ist Localhost. Ja, das muss alles noch manuell konfiguriert werden. Dann gibt es das ganze Localhost noch als IPv6. Das ist dann Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Dann Tab, Tab, Localhost. Und dann gibt es noch die 127.0.1.1. Und das ist dann Archbox.localdomain. Tab, und dann Archbox. So muss das hier eingetragen werden. So steht das auch im Arch-Wiki dann drin. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das nicht so macht. Das habe ich noch nicht getestet. Aber so sieht das auch ganz in Ordnung und sauber aus. Das braucht man jetzt hier auch nur einmal machen. Mit Doppelpunkt X verlasse ich auch diese Datei. So, jetzt werde ich für den Benutzer Root auf dieser Installation noch ein Passwort vergeben. Das Passwort, was ich ja vorhin vergeben habe, war nur für die SSH-Verbindung auf der Live-ISO. Das heißt, das ist quasi ein temporäres Root-Passwort. Hier kann ich jetzt dauerhaft für den Benutzer Root innerhalb der Installation jetzt ein Passwort vergeben. Mit Pass-WD einfach. Und dann nennen wir das einfach mal Root. So, ist erfolgreich geändert worden. Einfach nur, dass wir es nicht vergessen, sollte das dann immer gleich gemacht werden. Gut, das war jetzt erstmal die Konfiguration. Und mit der Konfiguration dieser Arch-Installation sind wir quasi erstmal durch. Jetzt kommt der spaßige Teil, denn jetzt installieren wir Programme. So, als allererstes können wir mit Pac-Man minus S, Y, großes S, ganz wichtig. Das ist ja der Paket-Manager Pac-Man. Und mit Bindestrich S, Y oder S, Y, Y kann man dann einfach nochmal die Repositories synchronisieren. Wer ein Ubuntu oder Debian oder Linux Mint und so weiter verwendet, der wird sowas ähnliches kennen. Das wäre jetzt das Äquivalent wäre Update. Einfach wo man nur das System, nur die Repositorialisten nur updatet oder die Mirror-Listen. So, jetzt wird es aber spannend, denn jetzt müssen wir eine ganze Reihe von Sachen installieren. Und zwar mit Pac-Man minus S geht's los. Grub brauchen wir auf jeden Fall. Und Grub minus BTRFS. Dann den EFI-Boot-Manager. MGR. So, dann brauchen wir den Netzwerk-Manager. Ich gucke mal, nee, ist leider kein Tab-Auto-Completion. Ach herrje, so, Network-Manager. So, dann das Network-Manager Applet. Dann Async brauche ich. Dann Dialog. Dann, falls du WLAN benötigst oder eine WLAN-Karte hast, dann macht sich WPA-Supplicant. Ganz wichtig oder ganz nützlich. So, das habe ich falsch geschrieben. Das muss mit Doppel-P und nicht mit einem B geschrieben werden. So ist es richtig. Dann M-Tools. Das sind noch ein paar System-Tools, die wir jetzt noch mit installieren müssen, damit zum Beispiel USB-Sticks erkannt werden, Dateisysteme erkannt werden. Ja, dazu gehört zum Beispiel auch DOS-FS-Tools. Dann Reflektor möchte ich haben. Das ist damit, der immer die schnellsten Spiegelserver auswählt. Dann Base-Devil. Das ist im Prinzip, ja, ein paar Entwicklungs-, für die Entwicklungsumgebung, ein paar Sachen. Dann die Linux-Headers. Dann Avahi möchte ich haben. Das ist quasi so eine automatische DNS-Konfiguration für diese Systeme im Netzwerk oder die sich auch mit diesem Rechner dann verbinden. Bei Windows kennt man das durchaus. Das nennt sich Bonjour. Hat sicherlich der ein oder andere schon mal gelesen oder gehört, wer jetzt Windows nutzt. Das ist dieses Äquivalent zu Bonjour. So, dann XTG-User-Dears. Das ist ein ziemlich nettes Tool. Beim Neuerstellen von Nutzern werden dann automatisch diese Home-Folder erstellt. Diese Home-Verzeichnisse quasi hier mit Dokumente, Musik und so weiter. Eigene Videos, eigene Dokumente, eigene Musik und so weiter. So, dann haben wir noch XTG-Utils will ich noch haben. Dann GVFS, GVFS und GVFS-SMB, falls ich mich mit einem anderen Netzwerkordner verbinden möchte. Dann die NFS-Tools für NTFS-Partitionen. Dann Inet-Utils, Inet-Utils, DNS-Utils. Dann für Bluetooth brauchen wir Blues und Blues-Utils. Dann HAPS ist ein Drucker-Server oder ein Drucker-Service. Und falls du einen HP-Drucker hast, dann einfach HP-Lib gleich noch mit dazu. Ja, das ist dann speziell für HP-Drucker der Treiber, der Open-Source-Treiber. Dann ALSA-Utils. Dann Pipewire. So, ich wundere mich gerade, was jetzt hier gerade passiert ist. Der hat das Ganze jetzt hier ganz komisch umgebrochen. Nicht wundern, das wird nicht überschrieben irgendwie. Das ist jetzt hier gerade irgendwie in der Anzeige ein bisschen seltsam. Ist aber nicht so schlimm. So, dann Pipewire-ALSA. Und Pipewire-Jack. Dann PAVO-Control. Das ist quasi Lautstärke-Kontrolle, damit ich die Systemlaut, die Lautstärke im Prinzip. Ja, das ist wie so ein Mixer. Ja, so, Bash-Completion möchte ich haben. Bash-Kompletion. Und, so, dann IP-Tables. IP-Tables. Bindestrich-NFT. Das ist nämlich das Neuere. Das ist dann, da wird es nachher noch einen kleinen Konflikt geben, den wir gleich noch auflösen werden. Dann IP-Set. Dann IP-Set. Dann IP-Set. Dann IP-Set. hinzugefügt. Wie zum Beispiel ein Windows. So, dann NTFS-3G. Ich habe mich da vermacht. Das NFS-Tools sind Netzwerktools. Und das NTFS-3G. Das ist im Prinzip für NTFS-Laufwerke, damit die vernünftig zu erkennen sind. So, und dann haben wir noch Terminus-Font. Minus-Font. Ich will noch einen Terminus-Terminal-Font haben. Das ist ein sehr schönes Font. Und dann war es das im Prinzip. Jetzt gibt es noch Grafiktreiber, die man installieren kann. Das zeige ich aber gleich. Ich will jetzt erst mal Enter drücken. Und ja, ich habe mir irgendwie gedacht, hier ist irgendwas schief gelaufen. So, so sieht es jetzt, glaube ich, richtig aus. Okay, ich habe hier scheinbar irgendeinen Fehler drin, weil ich hinter HP-Lib irgendwie so ein komisches Fragezeichen habe. Da habe ich mich dann tatsächlich irgendwie hier verschrieben. Ist aber überhaupt nicht so schlimm. Denn ich kopiere mir das jetzt ganz fix raus. Und kopiere mir das jetzt so nochmal rein. Ja, so habe ich das, so ist es jetzt richtig. Also es ist jetzt tatsächlich genau dasselbe, was ich jetzt eben schon geschrieben habe. Ja, ja, keine Ahnung. Da habe ich jetzt mich irgendwie auf eine Taste gedrückt, wie auch immer. So, Grafiktreiber. Hier kommt es jetzt darauf an, was du für eine Grafikkarte eingesetzt hast. Wenn du eine ATI- oder AMD-Grafikkarte hast, dann einfach XF86-Video-AMD-GPU. So, das wäre, das gibst du dann ein, wenn du eine AMD-Grafikkarte hast. Oder eben eine ATI-AMD-Grafikkarte. Wenn du eine Intel-Grafikkarte hast, also wenn die Grafik quasi dieselbe ist wie dein Prozessor, das ist meistens bei Laptops oder Notebooks, beziehungsweise Netbooks der Fall, dann einfach Intel eingeben. Das wäre dann XF86-Video-Intel. Und wenn du eine Nvidia-Grafikkarte hast, dann musst du ein paar mehr Sachen noch eininstallieren. Nämlich einmal Nvidia und Nvidia-Utils und Nvidia-Settings. Das habe ich in dieser Installationsdatei, die hier in der Videobeschreibung ist, da in diesem Paste-Bin, habe ich das in Klammern nochmal gesetzt, sodass du dann entsprechend auswählen kannst, was du entsprechend brauchst. Ich brauche aber gar nichts von beiden. Dadurch, dass ich in einer virtuellen Maschine bin und den Word.io-Manager habe, wird das Ganze automatisch durch den Kernel gelöst. So, ich hoffe, dass das jetzt hier alles soweit richtig ist und dann können wir das Ganze installieren. So, welches Repository-Core? Ich sage jawohl, alle. Und hier möchte er ein paar Kleinigkeiten nochmal neu installieren. Das ist völlig in Ordnung. Dann sind wir hier Repository-Extra-Pipewire-Media-Session. Da sage ich Default 1. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt dieser Konflikt, den ich vorhin kurz erwähnte. IP-Tables-NFT ist im Konflikt. Soll IP-Tables entfernt werden? Ich sage ja. Und ja, dann sind das jetzt fast 300 MB, die er jetzt herunterlädt und installiert. So, das kann jetzt einen kleinen Moment dauern, aber es wird nicht als zu lange dauern. So, ich hoffe, ihr konntet da dem jetzt folgen. Ich glaube, Chef Place schreibt, fehlt da nicht DHCP? DHCP scheint hier in irgendeinem Paket mit drin zu sein. Das ist dann automatisch mit drin. Ich glaube, das wird, ich weiß gar nicht, ob das von Avahi mitgeliefert wird oder im Base, der schon mit drin ist. Ich hatte in meinen, ich habe das ja jetzt hier, diese Installation quasi schon seit, ich glaube, zwei, drei Wochen schon ein bisschen geprobt. und ich musste DHCP nirgendwo, in keiner Anleitung musste ich DHCP irgendwie selber mit installieren. Das hat ja irgendwie, war das dann mit drauf. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, wo das, in welchem Paket das gegebenenfalls sogar mit drin ist. Deswegen, aber vielleicht könnte ich auch völlig daneben liegen. Ich glaube, da weiß der ein oder andere das sicherlich ein bisschen besser. So. Was haben wir noch? Sehr schön. Ah, okay. Da App Society und Gulag 0 reden so ein bisschen, ich glaube, über OpenBSD. Ja, da habe ich auch ein Video übrigens gemacht. Einfach mal schauen. So, wir sind fertig. Die Installation ist schon durch. Das ging also rucki zucki. Ja, das dauert also alles nicht so lange. Ich kann mit STRG L, kann ich das Ganze jetzt hier einfach wieder sauber machen. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist, sind quasi so zwei, oder besteht aus zwei Schritten. Und zwar einmal müssen wir jetzt Grub installieren und einrichten. Und danach im Prinzip die Systemkomponenten oder Systemdienste, wie zum Beispiel Netzwerkmanager und so weiter. So, und wir fangen mit Grub an. So, also Grub Bindestrich install dann Target ist gleich und jetzt muss ich meine EFI oder meinen EFI angeben, dass ich, ich muss dem jetzt sagen, dass das eine EFI Installation ist, also mit x86 unterstrich 64 Bindestrich EFI. So, dann muss ich den Ordner angeben, wo sich das Ganze befindet. Das mache ich mit EFI Bindestrich Directory. Der muss ja wissen, wohin er es denn installieren soll. Und das wäre Slash Boot. Das war, jetzt trage ich nicht Slash MNT Boot ein, wie wir es am Anfang hatten, als wir das erstellt hatten, sondern jetzt nur noch Slash Boot, weil ich mich ja jetzt innerhalb dieser Installation schon befinde. Und die Bootloader-ID muss noch angegeben werden. Die Bootloader-ID ist gleich Grub mit Großbuchstaben. So. Okay. Und dann ist das soweit installiert. Und jetzt muss noch die Grub-Konfigurationsdatei erstellt werden. Und die mache ich mit Grub Bindestrich Mk Konfig Dann gebe ich mit O ein Output an. Also wohin soll er das Ganze jetzt speichern? Und zwar nach Boot Grub und Grub Punkt CFG. So heißt dann die Datei. Einmal Enter und jetzt ist das Ganze soweit durch. So. Jetzt kann es, jetzt sehen wir ja hier Grub Disable OS Probe steht hier einmal. Das, wenn du mehrere Betriebssysteme installiert hast, möchtest du das natürlich auf jeden Fall aktivieren, weil du möchtest ja, dass zum Beispiel deine Windows-Installation ebenfalls im Grub erkannt wird. Hier nicht irritieren lassen. Hier steht No Snapshots Found. Das liegt natürlich daran, dass wir noch keine Snapshots gemacht haben, aber Grub jetzt schon erkannt hat, dass wir einen Snapshots, ja, Ordner haben. Das hat Grub jetzt alles schon erkannt, aber wir werden jetzt mal OS Probe noch aktivieren. Das ist ja standardgemäß deaktiviert und zwar mit vim slash etc slash default und dann Grub. So, hier sind die Bootloader-Konfigurationen. Ja, das sieht jetzt alles ein bisschen viel aus, aber das meiste können wir jetzt eigentlich so, wie es ist, einfach ignorieren. Und zwar gehen wir jetzt ganz nach unten und ganz unten befindet sich Grub Disable OS Probe False und da entferne ich einfach die Raute, also das Hashtag-Symbol und so, dass damit ist OS Probe aktiviert. So, Doppelpunkt X um wieder rauszugehen und jetzt müssen wir diese Konfiguration nochmal einspielen. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal zweimal nach oben mit meiner Pfeiltaste, damit dieser letzte Befehl hier nochmal aufgerufen wird und dann wird jetzt OS Prober aktiviert. Hier sehen wir das auch. OS Prober will be executed to detect other bootable partitions. Also OS Prober wird jetzt ausgeführt, um andere Boot-Partitionen zu finden. Also damit ist zum Beispiel Windows oder ein anderes Linux-Betriebssystem gemeint. Super. So, nächste. Jetzt wird's spannend, jetzt, das wird schon die ganze Zeit spannend, jetzt müssen die Systemdienste aktiviert werden. Das ist jetzt wieder ein bisschen Tipparbeit, aber da kommen wir durch. System CTL Enable. Das sind jetzt die automatischen Dienste, da möchte ich zum Beispiel den Network Manager. Das muss auch so geschrieben werden mit einem großen N und einem großen N. So, dann einmal weiter. dann einmal Pfeiltaste nach oben und dann machen wir Bluetooth. Einmal weiter. Dann machen wir hier Cups. Genau. Der Cups-Service. Socket und Pass. Dann ist das Ganze aktiviert. Dann einmal Reflektor möchte ich haben. Reflektor. Das ist ja der, damit er automatisch die schnellsten Spiegel-Server immer synchronisiert. Und da machen wir Timer. Dann möchte ich haben FS-Trim. FS-Trim. Das ist quasi so etwas Ähnliches wie ein, ich sage mal, ein Defragmentieren von SSD-Festplatten. Da wird einfach die Datenstruktur ein bisschen getrimmt und zusammengeschlossen, um einfach die Lebenszeit der SSDs zu verlängern. Denn eine normale Defragmentierung sollte man unter keinen Umständen auf einer SSD machen. Denn ein paar, wenn man das ein paar Mal macht, dann verkürzt sich enorm die Lebenszeit. Die verschleißt dann immer sehr schnell. So, FS-Trim haben wir. Dann möchte ich die Firewall noch aktivieren. Firewall D. Jawohl. Und zu guter Letzt den Avahi-Dämon. Da war die Bindestrich Dämon. So. Fertig. Und aktiviert. So, dann kann ich mit STRG-L hier den Bildschirm wieder mal ein bisschen aufräumen, dass das hier nicht voller Text ist. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und zwar den Nutzer, einen neuen Nutzer erstellen. Und zwar den Nutzertyp. Mit User Add dann MG, also mit M wird ein Home-Verzeichnis erstellt und mit G möchte ich gleich noch eine Gruppe hinzufügen und zwar die Real-Gruppe und der Benutzer heißt Typ. Jawohl. So, jetzt vergebe ich dem Nutzertyp noch ein Passwort. Passwort für den Benutzertyp und da nehme ich jetzt ein schweres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp und da ich jetzt in der Real-Gruppe bin, da der Benutzertyp jetzt in der Real-Gruppe ist, müssen wir jetzt auch noch sagen, dass Real auch aktiviert wird für Sudo, sodass der Typ Nutzertyp nachher auch Sudo ausführen kann. und dazu müssen wir kurz die Sudo Konfigurationsdatei bearbeiten und zwar einfach mit Y-Sudo. V-I-Sudo. So, dann kommen wir hier in diese Sudoas-Datei so, da einmal ein bisschen runter scrollen eine ganze Weile bis wir hier ankommen, wo dieses Root ist und da drunter findet sich ein Wheel Add und dann All, All, All und genau da entfernen wir einfach die Raute-Taste, dass das aktiviert ist. Ganz wichtig, nicht das untere wählen hier mit No Password All, das wäre ein hohes Sicherheitsrisiko, das würde nämlich bedeuten, dass man einfach ohne Passwort alles ausführen darf. Also deswegen das hier und dann einfach wieder raus mit Doppelpunkt X und raus. Ja, so, dann sind wir hier soweit durch. So, im Prinzip sind wir quasi fast fertig, also im Prinzip sind wir jetzt fertig mit der Installation, mit der Basisinstallation, GNOME ist noch nicht installiert, ich weiß, aber wir sind jetzt schon mal mit der Basisinstallation fertig. Eine Kleinigkeit ist aber auf jeden Fall noch sehr zu empfehlen, zumindest auch laut Arch-Wiki und zwar müssen noch ein paar Module angepasst werden in der init cpio.conf Datei und die öffnen wir uns mal mit init slash etc, das ist der Standardordner für Konfiguration und dann mk init cpio. Ich habe jetzt einfach die Tab-Taste gedrückt, dann wird das automatisch vervollständigt und dann die Konf-Datei, einmal Enter. So und da haben wir jetzt hier oben Module und bei Module gebe ich jetzt hier noch btrfs ein. Ich mache natürlich zwischen den Klammern natürlich btrfs. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier die Module automatisch in dem Linux-Kerne dann schon die Butterfs Module schon automatisch mit drin sind. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, das Ganze dann hier mit einzutragen. Genauso wie wenn du eine Grafikkarte hast, dann kannst du hier einfach, ich glaube mit Leertaste, kein Komma, sondern einfach nur mit Leertaste AMD GPU. Dann hast du hier die Kernel Module für die AMD GPU Treiber mit drin, also für die AMD Grafikkartentreiber. Du kannst aber auch Nvidia eintragen, wenn du eine Nvidia Grafikkarte hast, oder falls du eine Intel Grafikkarte hast, i915 muss dann drinstehen. Ja, gut, da ich das aber gar nicht habe, lasse ich jetzt erstmal nur btrfs drin als Modul, dann verlasse ich noch mal oder dieses initramfs einfach noch mal neu erstellen und zwar mk init c p i o nennt sich das Ganze minus p da gebe ich jetzt an welchen Kernel ich das Ganze rein haben möchte und zwar in den Linux Kernel ich habe nur einen installiert du könntest natürlich auch einen LTS Kernel installieren dann müsstest du das so eintragen aber ich dieses initramfs installiert das geht wunderbar schnell ja fertig dann einmal exit damit verlasse ich jetzt quasi dieses diese root umgebung jetzt leuchtet mein root unten wieder rot ja und jetzt mache ich umount minus r slash mnt einfach alles entfernen so dann ist das Ganze jetzt ausgehängt wurden und ja dann würde ich sagen einfach mal reboot und damit wird das Ganze neu gestartet so jetzt bin ich hier wieder in der virtuellen Maschine und dann gucken wir mal ob das Ganze geklappt hat zumindest sind wir schon mal im Grub drin das heißt da gab es schon mal keinen Fehler das ist schon mal sehr gut und ja dann starte ich jetzt direkt in den Grub und schon direkt im Prompt zum einloggen und da kann ich jetzt einfach mich mit dem Benutzer Typ einloggen und ich habe jetzt auch gemerkt mit dem Y das heißt die deutsche Tastatur ist schon eingestellt auch schon beim einloggen das ist besonders dann wichtig wenn du Passwörter mit Sonderzeichen und so weiter hast und du müsstest dich jetzt einloggen dann kann es passieren wenn du die vconsole.conf Datei wenn du das nicht richtig einstellst kann es dir passieren dass du dich hier über die konsole gar nicht einloggen kannst also Typ Passwort und dann sind wir hier drin und dann möchte ich mal schauen ob wir Sudo mir fällt nämlich gerade aus ich habe vergessen SSH nochmal zu aktivieren weil ich möchte mich ja dann Ganze nochmal über SSH aufschalten sudo system ctl enable binde strich now und dann sshd jawoll oh ich glaube ich habe mich gerade vertippt so jetzt okay ich glaube mit doppel bindestrich so jetzt genau jetzt ist der ssh service aktiviert und mit ip a kann ich nochmal schauen welches meine ip adresse ist in dem falle kann ich kann es jetzt mit der maus nicht zeigen ist das endet auf 139 so und das werden wir jetzt hier nochmal machen wieder zurück einmal pfeil nach oben und jetzt logge ich mich ein ja ich wollte eigentlich zurück so nochmal und jetzt logge ich mich ein als Typ in der 139 jawohl passwort und wir sind drin so die arch installation ist quasi hiermit eigentlich fertig ja aber natürlich wollen wir ja unbedingt noch installieren und so weiter und falls du jetzt an einem notebook zum beispiel bist an dem laptop dann möchtest du dich als erstes nochmal mit dem internet verbinden dann gibst du einfach ein m n m und dann tui und dann kommst du hier zum network manager und dann kannst du hier eine verbindung aktivieren und dann werden hier sämtliche WLAN verbindungen angezeigt und dann wählst du einfach dein WLAN aus gibst das Passwort ein und dann bist du ebenfalls mit dem internet verbunden ich mache jetzt hier einfach beenden dass wir hier wieder raus sind gut so jetzt möchte ich da ich ja gleich etwas aus dem Arch User Repository installieren möchte brauche ich oder möchte ich einen Download Helper noch haben damit ich das Ganze nicht immer manuell machen muss und zwar Paru nehme ich hier so git clone https doppelpunkt slash slash also wir finden Paru im Arch User Repository .arch linux .org slash Paru und damit es ein bisschen schneller geht weil das Ganze sonst kompiliert wird nehme ich schon mal die fertige Bindatei und lade das mal runter dann mit c d gehe ich in den Ordner Paru bin ein da wurde jetzt ein Paru bin Ordner erstellt und dann sage ich make pkg minus si und dann warten wir kurz ab und dann wird Paru jetzt quasi erstellt und installiert jetzt möchte er auch nochmal das Passwort haben Installation fortsetzen ja und fertig mit Steuerung L mache ich den Bildschirm sauber und jetzt habe ich wenn ich jetzt Paru Bindestrich sy eingebe also anstelle von Pacman nehme ich jetzt Paru und dann werden die kann ich auch ganz normal Programme installieren und eben auch zusätzlich Programme die nur im Arch User Repository verfügbar sind wie zum Beispiel ZRAM ZRAM ist nur im Arch User Repository verfügbar und deswegen sage ich Paru minus S und dann ZRAM D und jawohl das möchte ich haben da wird noch Go installiert als Programmiersprache ist das alles soweit richtig ich drücke Q und dann einmal Enter und sage ja ich möchte das Ganze und jetzt wird einmal Go heruntergeladen und auch ZRAM und ja dann ist das gleich fertig das dauert auch nicht allzu lange hoffe ich doch mal ja strong and complicated Passwort von Emanon Muck das richtig das habe ich auch von DTF Society hat das auch gerade schon kurz geschrieben Erinnerung an DTs Passwort genau das ist so mittlerweile ein Running Gag der sich wahrscheinlich in der gesamten Linux Community so ein bisschen ja breit gemacht hat so gerade bei den Linux YouTuber es gibt einen YouTube Kanal der heißt DistroTube und der Derek dieser YouTuber Derek von DistroTube oder DT der hat bei der Installation sagt er halt immer and we choose a strong and complicated Password for the User bla 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 und daher kommt das weil das mittlerweile auch jeder sagt dann so und deswegen ich gehe bei dem Trend mit und sage dann eben auch immer ein schweres kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ und dann und DT gibt halt als Passwort immer nur DT ein also ich habe ja nur drei wenigstens drei Buchstaben er hat ja tatsächlich nur zwei er gibt immer DT also DT als Passwort ein und sagt dann dazu immer ein schweres kompliziertes Passwort das ist halt so ein richtig cooler Running Gag so ZRAM ist jetzt installiert und wir können jetzt erstmal konfigurieren wie groß denn der Swap Speicher sein soll wenn ich jetzt ZRAM einfach starte werden mir hier gleich 8 GB Swap Speicher ja erstellt und das ist mir ein bisschen zu viel das will ich nicht deswegen kann ich jetzt mit dem Texteditor meiner Wahl die Konfiguration von ZRAM aufrufen und zwar unter etc slash defaults und dann ZRAM D so und hier haben wir Maximum Total Size hier mache ich die Raute einfach raus so ah ich sehe gerade ich habe hier eine Schreibgeschützte das stimmt ich bin ja jetzt nicht mehr Root deswegen werde ich jetzt hier nochmal schnell raus machen und das Ganze nochmal als Sudo ausführen so jetzt kann ich hier die Raute raus machen und ich möchte 2048 also ich gebe jetzt nur 2 GB an RAM an RAM Speicher im Prinzip frei als Swap denn anders als bei dem regulären Swap Datei oder Swap Partition wird halt hierbei nicht meine Festplattenspeicher verbraucht sondern dieser Swap wird im RAM Speicher erstellt das ist halt so der kleine und feine Unterschied so mit Escape Doppelpunkt und X kann ich das Ganze hier wieder verlassen und jetzt muss das Ganze noch gestartet werden mit Sudo System CTL und dann Enable damit das zukünftig immer gestartet wird und dann natürlich auch Now damit es jetzt gestartet wird und dann ZRAM D und fertig so und wenn ich jetzt mal kurz den Bildschirm wieder freiräume und dann LSBLK eingebe dann sehe ich jetzt hier ZRAM 0 2 GB und das ist jetzt mein Swap also so einfach ist das so kann man den Swap dann auch im Prinzip in den RAM Speicher auslagern anstelle zum Beispiel in einer SSD gerade es gibt ja auch viele SSD die jetzt nicht so viel Platz haben die 256 GB oder so das ist halt immer nicht so viel und wenn dann da noch haufenweise Platz weggenommen wird wegen Swap ist das halt auch nicht so schön und dann kann man das halt so verwenden gut jetzt gibt es noch jetzt möchte ich Reflektor noch schnell sagen dass ja bitte die schnellsten Server die schnellsten Server haben mir geben soll mit Sudo Reflektor so da wähle ich mit C erstmal ein Country aus da nehme ich Germany kannst auch Switzerland oder Austria nehmen je nachdem wo du herkommst minus A da möchte ich das Aging ist das also das Alter es sollte mindestens in den letzten 12 Stunden noch online gewesen sein oder innerhalb der letzten 12 Stunden online gewesen sein dann möchte ich dass das Ganze sortiert wird und zwar nach der Geschwindigkeit das ist dann die Rate und ich möchte dieses Ergebnis speichern nach slash etc slash pacman d und dann mirror list da möchte ich das rein speichern so je nachdem aus ja welchem Land du jetzt kommst kann das ein bisschen dauern also Germany hat sehr viele Spiegel Server deswegen dauert das jetzt ein bisschen ehe der das jetzt alles durchgerechnet hat Schweiz und Österreich haben jetzt nicht allzu viele Server da kann es sein dass das jetzt schon fertig ist mit dem Berechnen so gulag 0 schreibt du könntest auch einfach eine Swap File erstellen ja nur diese Swap File wird ja dann die nimmt ja dann auch Speicherplatz auf meiner Festplatte ein und das will ich ja mit ZRAM kann ich das ja verhindern dass Festplattenspeicher verbraucht wird deswegen der ZRAM nimmt sich den Speicherplatz der in der ja in dem RAM im Prinzip verfügbar ist ja und lagert dann das Ganze aus und gerade wenn bestimmte Anwendungen in den Swap ausgelagert werden beim Verarbeiten dann geht das natürlich dann über den ZRAM sogar ein kleines bisschen schneller und performanter weil es eben der RAM Speicher ist der ja sowieso sehr viel schneller im Schreiben und Lesen ist genau ok so hier kommt jetzt auch ein Fehlermeldung das kann man wirklich ignorieren ja der sagt hier nur dass der der Spiegel Server checkdomain.de irgendwie nicht erreichbar ist oder dass da der Zugriff irgendwie verboten wurde das ist aber überhaupt nicht so schlimm da warten wir jetzt nochmal kurz ab so habt ihr noch Spaß ach herrlich ne ich find's schön schön dass ihr wirklich alle da seid es freut mich echt ich bin gerade zu jetzt bin ich auch schon ein bisschen entspannter anfangs war ich ganz schön aufgeregt noch aber jetzt ist wirklich schön gechillt jetzt bin ich so voll in dem Element so drin so kann jetzt hier so nach und nach alles durchgehen wir haben es auch gar nicht mehr so weit das nächste was jetzt kommt ist die Installation von Gnome und wenn wir Gnome haben dann werde ich nochmal ich überlege gerade ob wir dann schon nach Gnome rein starten oder ob wir dann erst Snapper machen ich überlege ich überlege ach ich würde sagen wir machen dann erst Snapper die Snapshots konfigurieren Christian ja sehr gut schön dass ihr noch da seid so nochmal ganz kurz zurück zu kommen zu CRM da ist nochmal ein bisschen hitzig die Diskussion das ist auch richtig so und Emanon MOOC hat jetzt auch nochmal einen ganz ganz wichtigen Punkt klar gemacht dieser Hibernate Modus also es gibt ja die Möglichkeit dass man gerade Notebooks und so weiter in einen ja in so eine Art Schlafmodus in einen Ruhemodus rein versetzt und das ist mit CRM glaube ich nicht möglich das ist richtig stimmt weil man ja dann bei einem Hibernate Modus den Laptop ja auch direkt vom Strom nehmen kann wenn man tatsächlich diesen Hibernate also diesen Tiefschlafmodus nutzen möchte für sein Notebook dann ist es wirklich unabdingbar dass man da eine am besten eine Swap Partition entsprechend einrichtet ich glaube eine Swap Partition macht sich dann wirklich am besten und am sichersten ja also ein sehr sehr guter Punkt sehr gut genau also unter CRM ist zum Auslagern gedacht für die Bearbeitung aber man kann eben den Hibernate Modus nicht nutzen wenn man CRM hat das ist korrekt so dann machen wir weiter so die Spiegelserver sind jetzt endlich synchronisiert und in die Mirrorlist eingetragen wurden dann kann ich mit sudo pacman minus sy nochmal gucken dass das alles aktuell ist und dem ist auch so das Ganze es geht jetzt rucki zucki und wir können jetzt anfangen GNOME zu installieren und dazu brauchen wir einen Login Manager also den GNOME Display Manager der nennt sich GDM dann möchte ich GNOME und GNOME minus extra haben dann einen Browser brauchen wir noch Epiphany Browser ist vorinstalliert ich will dann aber lieber den Firefox haben als Alternative ich mag den Epiphany irgendwie nicht so wobei der soll wohl nicht so schlecht sein aber ich meh und was ich auch noch haben möchte sind die Arch Linux Wallpaper die Hintergrundbilder die Original Hintergrundbilder von Arch so dann einmal Voreinstellungen können wir alle nehmen auch hier können wir alle und jetzt kommen wir zu den Fonts das sind die Noto Fonts oder die Joy Pixels da lasse ich die 1 den Standard die Noto Fonts und hier haben wir nochmal Fonts da drücke ich einfach Enter und das ist jetzt wichtig hier geht es um das Desktop Portal da steht jetzt Desktop Portal Gnome GTK KDE oder WLR und da wir Wayland Gnome on Wayland haben nämlich die 4 für Portal WLR so das sind jetzt nochmal 600 Megabyte die er herunterlädt ich sage einmal ja und dann widme ich mir wieder dem Chat ein bisschen zu so was haben wir sonst noch ein Custom DWM wäre cool anstatt Gnome von F Society DWM muss ich ehrlich gestehen kenne ich mich jetzt noch nicht so aus da müsste ich mich erst reinfuchsen deswegen wollte ich unter keinen Umständen so ein irgendein Display irgendein Window Manager jetzt hier live machen weil dazu bin ich da bin ich einfach raus da kenne ich mich nicht so gut aus ich kann aber auf jeden Fall mal zusehen dass ich in der nächsten Sonntags OS Folge in einer der nächsten Sonntags OS Folgen einfach der DWM mal mit integriere da müsste ich mich dann einfach ein bisschen mit befassen und dann geht das auch so genommen Installer Openbox als Einstieg in die Welt der Window Manager ja Openbox ist wirklich sehr sehr gut weil man da auch viel mit der Maus arbeiten kann also Fenstermanager ist ja das was ich hier nutze das hat ja ist ja im Prinzip nur Leiste und die Fenster werden halt alle automatisch angeordnet das heißt hier gibt es keine kein Startmenü oder sowas sondern das hier oben ist nur eine Art Status Leiste und habe dann meine verschiedenen Fenster die man halt hier so hat da kann ich dann hier hin und her schalten auch mit Tasten und man muss halt viel mit Tastenkombinationen arbeiten und wer so diesen ersten Einstieg haben möchte da hat F-Society jetzt gerade schon geschrieben macht sich Openbox als Einstieg sehr sehr gut um Fenstermanager ein bisschen zu verstehen und das ist wirklich eine gute Idee das stimmt weil da kann man auch ein bisschen mit der Maus arbeiten mit Rechtsklick Linksklick auf dem Desktop und so weiter dann öffnet sich dann das Menü entsprechend und so ne ist wirklich eine gute Idee so jetzt sind wir fertig mit der GNOME Installation ja also waren jetzt fast über zwei Gigabyte Installation und der hat das schon fertig Gott sei Dank das dauert das nicht so lange bei mir so und als allererstes räume ich nochmal den Bildschirm auf und ich möchte jetzt dass der GNOME Display Manager also diese Login Screen nachher wenn ich mich einloggen möchte möchte ich dass dieser gleich auf Deutsch ist weil das ist ein bisschen blöd bei GNOME jetzt GNOME macht seine Sprachsteuerung quasi selber und Keyboard Layout das muss man da separat nochmal konfigurieren ich glaube die Oberfläche wird schon in Deutsch sein aber der GNOME Display Manager ist auf jeden Fall noch mit einer amerikanischen Tastatur dann und deswegen muss das Ganze noch eingestellt werden und das mache ich mit sudo local control also local ctl und jetzt set x11 Bindestrich Keymap und dann de damit ist das Keyboard Layout dann auf Deutsch so local hier habe ich ein E vergessen das heißt local und nicht local sondern local so jetzt ist richtig locales sind dann die Lokalisierungen und jetzt müssen wir den GNOME Display Manager noch aktivieren System mit sudo natürlich sudo system ctl enable und dann gdm so dass nachher beim nächsten Neustart der GNOME Display Manager automatisch gestartet wird und ich mich dann auch in GNOME einloggen kann so damit sind wir jetzt fertig mit GNOME jetzt wird es richtig spannend denn jetzt widmen wir uns Snapper normalerweise so wie es eigentlich gedacht war würde ich mich jetzt in GNOME einfach einloggen würde ich noch Timeshift und Autosnap installieren und dann ist fertig und dann ist der Stream vorbei so aber es wurde ja gewünscht dass wir Snapper konfigurieren und das braucht tatsächlich auch noch mal so ein bisschen seine Zeit und diese Zeit nehmen wir uns jetzt einfach so also es ist so wenn ich die Snapper die Snapper Konfiguration muss durch einen Befehl erstellt werden das Blöde ist dabei Snapper erstellt automatisch einen Ordner namens Punkt Snapshots und da ja dieser Ordner Punkt Snapshots bereits existiert würde es eine Fehlermeldung geben würde er sagen kann ich nicht erstellen weil gibt es schon so und das lässt sich leider nicht anders umgehen also muss ich diesen Punkt Snapshots Ordner löschen und da ich ihn jetzt nicht jedes Mal sudo eingeben möchte werde ich jetzt mich einfach mit su- als root Nutzer hier einloggen so dass ich wieder root bin dann kann ich mir jetzt hier das sudo permanent sparen so ich werde jetzt folgendes machen wir haben ja den das Subvolume add Snapshots haben wir ja jetzt in diese Punkt ich kann es noch mal schnell zeigen mit ls minus la und dann in Slash da haben wir ja hier Snapshots hier haben wir ja das Subvolume add Snapshots eingehängt und deswegen würde ich jetzt das nicht so ohne weiteres gelöscht kriegen also muss ich jetzt erst mal umount und dann slash dot Snapshots aushängen ich hänge jetzt das Subvolume dieses add Snapshots Subvolume hänge ich aus diesem Ordner raus und werde jetzt einfach mit rm minus rf weil es ja ein Ordner ist deswegen rf Punkt Snapshots werde ich entfernen so jetzt habe ich diesen Ordner gelöscht jetzt kann ich mit Snapper eine Konfigurationsdatei erstellen Snapper wird dann automatisch entsprechend diese diesen Ordner wieder erstellen und nachher bei dem Neustart wird ja anhand der File System Table Datei die wir ja ganz zu Beginn erstellt haben hier fstab wo dann die ganzen Mount Punkte schon festgelegt sind wird er automatisch dann dieses Subvolume wieder in diese neue Punkt Snapshots einfach einhängen ja und so können wir das ein bisschen umgehen so Snapper minus c das heißt die Konfiguration soll wie heißen ich nenne diese Konfiguration root und was möchte ich jetzt machen ich möchte create minus config also ich möchte eine Konfigurationsdatei erstellen und zwar ab Verzeichnis Beginn also root deswegen dieser Slash also dieser Schrägstrich der sagt mir root so einmal enter hat er fertig und jetzt öffne ich diese Datei mit vim kannst du auch mit nano machen ich mache es mit vim etc slash snapper dann configs und hier ist jetzt unsere neu erstellte config root einmal enter so sieht diese aus das ist das Subvolumen und das File System Typ der Dateisystem Typ ist ButterFS und so weiter wir gehen jetzt hier nicht einzeln auf die Punkte ein lassen wir jetzt erstmal alles so wie es ist gehen aber ganz runter ans Ende der Datei und da haben wir hier diese Timeline Limits achso nein bevor gehen wir nochmal hoch allow users hier fangen wir mal an und zwar möchte ich ja als Nutzer Typ nachher ebenfalls Snapshots erstellen können und auf Snapshots zugreifen können also werde ich jetzt hier bei Users einfach meinen Benutzernamen eingeben weil ich ja der Einzige sowieso bin hier auf dem System dann man kann auch ganze Gruppen zuweisen ich belasse es jetzt bei allow users Typ so und jetzt möchte ich hier diese Limits noch ein bisschen abändern also ich brauche kein Jahreslimit deswegen setze ich das auf 0 und hier monatlich da sage ich jetzt einfach 7 die wöchentlichen Timelimits für die wöchentlichen Snapshots sollen 10 sein soll er maximal 10 haben bei Daily nehme ich 8 und hier nehme ich stündlich 5 ja hier kannst du eintragen was du möchtest das musst du ein bisschen mit dir ausmachen völlig in Ordnung ja gut das ist jetzt einfach nur so eine Beispielkonfiguration diese Beispielkonfiguration ist auch in in diesem in diesen Notizen die ich hier verlinkt habe unten in der Videobeschreibung da findest du auch diese Konfiguration wie gesagt das ist einfach nur einfach so gemacht so jetzt müssen wir die die Zugriffsrechte auf dieses Snapshots wir sehen ja hier oben sehen wir ja ausführbar und lesbar ja das war aber noch bevor ich das ausgehängt ausgehängt habe und bevor Snapper dieses erstellt hat wenn ich jetzt einfach mal LS minus LA eingebe sehe ich dass es hier nicht mehr ausführbar ist ja es ist zwar für für den für die Gruppe und für den Owner also für Root noch ausführbar aber nicht mehr für das System also für alle anderen und das muss ausführbar sein weil Grub und so weiter soll ja nachher auch drauf zugreifen können also müssen wir diese Zugriffsrechte für alle entsprechend anpassen und das machen und das machen wir mit chmod dann a für alle und dann vergeben wir Leserechte und Ausführrechte Slash Punkt Snapshots ok und dann nochmal aufrufen jetzt haben wir es wieder richtig so sehen die Rechte richtig aus x x und hier read und read halt da so gut dann hätten wir das jetzt möchte ich natürlich dass Snapper auch ordnungsgemäß von selber funktionieren das heißt er soll selber diese Snapshots dann im Laufe der Zeit immer erstellen halt diese stündlichen Snapshots aber auch automatisch den Cleanup durchführen und das geht mit sogenannten Diensten da machen wir System CTL jetzt brauche ich kein Sudo weil ich Root bin so dann machen wir Enable Now und dann Snapper Minus Timeline Punkt Timer und Enter jetzt gehe ich nochmal Pfeiltaste nach oben und ersetze Timeline durch Cleaner oder nicht Cleaner sondern Cleanup sorry Snapper Cleanup Timer und fertig jetzt hat er das automatisch jetzt macht er das Ganze dann automatisch mit dem erstellen und auch das bereinigen gut dann würde ich sagen Reboot Reboot wir können das System neu starten so und kommen jetzt hier als erstes in das Grub Menü für Arch Linux hier fehlt jetzt immer noch ein Eintrag der Eintrag mit den Snapshots der fehlt hier deshalb weil noch keine Snapshots erstellt wurden das wird sich nachher aber ändern und dann gucken wir uns das nachher auch mal an wie das dann aussieht wenn wir Snapshots haben so als erstes hier herzlich willkommen wir sind im GNOME mit Enter und dann das Passwort eingeben und dann sind wir einmal drin auf der Oberfläche und das allererste was ich jetzt hier machen möchte ist mal die Auflösung ändern Na Der hat sich gerade ein bisschen aufgehängt Ich glaube das Problem hatte ich bei meinem Probelauf gestern Nacht auch schon mal gehabt dass er da aus irgendwelchen Gründen das Ganze nicht richtig geöffnet hat Ich weiß nicht woran es liegt Aha jetzt hat das okay Auflösung 1920 einmal anwenden beibehalten hier sehen wir jetzt schon mal das ist das Einstellungsmenü von GNOME und hier ist alles schon auf Deutsch eingestellt also das mit den Locales hat funktioniert ah ok das liegt wahrscheinlich daran dass der RAMspeicher jetzt ein bisschen voll ist wenn ich jetzt hier auf Info gehe sehe ich hier Arch Linux das ist unser Gerätename unser Hostname Archbox und hier unten ist Wayland GNOME Version 42 64 Bit ja und ja das ist im Prinzip hier ist dann der AMD Prozessor den ich habe so das ist erstmal so das System wir können das Ganze auch mal ein bisschen einrichten ich finde jetzt dieses diesen Hintergrundbild finde ich das Hintergrundbild finde ich jetzt nicht so schön und hier sind auch die Arch Hintergrundbilder die ich hier runtergeladen habe die Arch Wallpaper und ich finde halt das hier sehr cool können wir jetzt zumachen ja so finde ich das toll dann können wir noch mal auf Hintergrund ändern gehen und bei Erscheinungsbild auch auf dunkel und dann haben wir hier nicht dann blendet das hell nicht so das dieses dieses Farbthema hier passt schön zu meinem zu meinem eigenen Farbthema gut so dann möchte ich das Terminal haben da haben wir hier Terminal ich möchte das Terminal auch gleich hier in die Favoriten rein so und da das noch das alte Terminal ist wird das ich glaube mit GNOME 42 zumindest war das in der Testphase so da gab es ein neues Terminal ein neues GNOME Terminal das nennt sich Konsole mit C ähnlich ähnlich dem Pendant zu KDE Konsole das ist dann noch ein bisschen minimalistischer als hier das GNOME Terminal und das würde sich dann auch im Design entsprechend anpassen hier funktioniert das jetzt irgendwie aktuell nicht so deswegen sage ich jetzt hier Themenvariante dunkel so und dann haben wir das und dann ist auch gut so gut dann einmal groß machen alles ich hoffe das ist jetzt nicht zu groß so was müssen wir jetzt machen jetzt wollen wir ja ein paar Snapshots wir wollen jetzt mal gucken wie das Snapper überhaupt funktioniert ja wir sind jetzt das ist ja tatsächlich nur bei Snapper so mit sudo Snapper nein ich brauche glaube ich gar kein sudo ich brauche einfach nur Snapper minus C um die Konfigurationsdatei auszulesen und root list kann ich mir jetzt alle Snapshots auflisten lassen und wie wir sehen sehen wir jetzt hier erstmal noch nichts ist klar wir haben noch keinen erstellt dieses 0 Single ist quasi unser aktuelles System unser aktueller System unser aktuelles System unser aktuelles System Status so wenn ich jetzt also ein Snapshot vom derzeitigen System jetzt erstellen möchte dann kann ich das Ganze mit Snapper minus C root weil immer schön die Konfiguration angeben welche das sein soll dann Create und dann möchte ich noch eine Timeline angeben Timeline das Ganze soll auf die Timeline bereinigt werden wenn ich das Timeline nicht eingebe wird diese Snapshot für immer und ewig im Snaps Ordner liegen solange bis ich das selber entferne aber ich hatte ja in der Konfiguration festgelegt wann das ganze stündlich jährlich und so weiter bereinigt werden soll und somit fällt dann dieser Snapshot ebenfalls unter der automatischen bereinigung oder wofür das C aufsteht dann Cleanup gut dann noch eine Description also eine Beschreibung Description da kann ich jetzt einfach ein Leerzeichen machen und dann können wir zum Beispiel benennen nach Installation ja mit L wenigstens ein bisschen richtig schreiben hier so und dann hat er das jetzt erstellt und wenn ich jetzt hier nochmal zweimal mit der Pfeiltaste nach oben gehe und mir das Ganze nochmal auflisten lasse dann machen wir das Ganze ein bisschen kleiner dass das ein bisschen besser aussieht und dann habe ich jetzt hier den Snapshot hier erstellt gerade eben quasi erstellt ich habe den erstellt der wird automatisch von der Timeline bereinigt und ist quasi nach der Installation so dann können wir eigentlich was können wir denn noch ich glaube die es gibt auch eine grafische Oberfläche für Snapper ja weil normalerweise wird Snapper in der Konsole bedient aber es gibt auch eine grafische Oberfläche und zwar können wir das Ganze im AUR glaube ich herunterladen dazu brauche ich einfach nur Paru minus S übrigens die Download Helper werden immer ohne Sudo ausgeführt also selbst wenn wenn du Yay oder Paru verwendest niemals mit Sudo ausführen sondern immer als ich sage ich mal Nutzer als unbedarfter Nutzer falls ein Passwort notwendig ist wird Paru danach fragen ja so und zwar nennt sich das Programm Snapper minus GUI minus Git ne so so sieht das Ganze aus weiter überprüfen einmal ja jetzt wird das Passwort abgefragt einmal Passwort rein soll es installiert werden ja soll es ich glaube das Ganze wird jetzt kompiliert und deswegen kann das jetzt einen Moment dauern so ist schon fertig und wenn wir jetzt hier schauen und ich gebe jetzt hier ein Snapper dann habe ich hier die Snapper GUI und hier ist dann das Snapshot nach der Installation sieht also genauso aus hier oben ist die Konfiguration und ja und hier kann man dann Snapshots erstellen löschen man kann auch ich glaube von hier aus ja open ja und dann wird dieser Snapshot geöffnet und hier sehe ich dann dieses Snapshot aus dem ja da kann ich jetzt quasi durchsurfen ja gut dann ich überlege gerade ach so ja jetzt starten wir mal neu wir haben ja jetzt hier nach der Installation wir können jetzt mal einen neuen Snapshot nochmal erstellen Konfiguration ist richtig und wir nennen die jetzt nach GUI ja also wir haben jetzt das GUI installiert und jetzt erstellen wir nochmal einen Snapshot nachdem wir diese GUI installiert haben und das Cleanup soll ebenfalls auf Timeline sein also dann automatisch mit der Timeline sauber gemacht werden dann sage ich einmal OK und dann ist er fertig und jetzt starten wir das Ganze einfach mal neu einmal Neustart Neustart so und überraschenderweise wird mir der Snapshots Ordner hier nicht angezeigt und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen ich weiß nicht warum also falls jetzt jemand sagt warum das jetzt nicht funktioniert hat bitte einmal in die in den Chat mal rein weil bei meiner bei meinen Testruns bei meinen Testläufen hat das halt ohne Probleme funktioniert ich will jetzt nochmal schnell schauen ob wir so ob wir den den Snap Ordner noch haben aber haben wir ja wir haben ja eben auf das Snap Verzeichnis auch zugegriffen ok also ich weiß jetzt gerade nicht warum das nicht funktioniert das ist halt jetzt auch das tolle bei live wenn das jetzt eine Aufzeichnung wäre könnte ich das jetzt irgendwie lösen das Problem irgendwie könnte ich mir jetzt noch Zeit lassen das zu lösen und dann würde es keiner mitkriegen deswegen also falls jetzt jemand weiß warum das gerade nicht funktioniert also normalerweise sollte es jetzt wenn ich jetzt auch ich schalte es mal aus ich mach mal komplett ausschalten so und dann machen wir nochmal einschalten und mal gucken ob er das jetzt hier anzeigt ne macht er nicht ne ne bei Advanced ist es auch nicht und ja also aus irgendwelchen Gründen wird es nicht angezeigt so Update von Grub machen über die Konfig neu erstellen lassen okay das ist eine gute Idee dann machen wir das mal wir fangen mal an mit Grub okay so Grub ja ja und zwar Grub Sudo ich mach nochmal größer so dass das alle sehen Sudo Grub minus mk Konfig ne und dann minus o slash Grub slash Grub Punkt ne boot natürlich slash boot slash Grub CFG so machen wir nochmal ah ja okay jetzt hat das erkannt ah okay ja siehst du ah ja 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 interessant ist es das ich wusste wüsste aber nicht dass ich das bei meiner Generalprobe gemacht habe machen wir mal neu starten mal sehen ob es jetzt da ist sehr schön vielen vielen Dank an Mario S und an Ultima Thule die haben mir jetzt den Tipp gegeben einfach Grub nochmal neu zu erstellen nochmal neu einlesen zu lassen und hier haben wir jetzt den einen den den Menüpunkt Arch Linux Snapshots jetzt kann ich hier reingehen und kann jetzt im Prinzip nach GUI oder nach Installation reinbooten ja und kann mir wenn ich jetzt hier nach Installation reinboote dann nehme ich einfach den ganz normalen Initram FS nicht den Fallback sondern den normalen und wichtig ist nur zu wissen dass das stand jetzt hier auch ganz kurz als Meldung ja ab jetzt ist das System nur lesbar ich kann hier nichts schreiben also es wird ich kann in mein Home Verzeichnis schreiben das funktioniert das würde funktionieren ja weil das eigene Home Verzeichnis ist nicht Teil der Snapshots das eine deswegen haben wir ein separates Volume also das eigene Home Verzeichnis wird nicht mit gesnapshottet aber jetzt müssen wir mal gucken dass er das hier öffnet aber zum Beispiel wird das Root User Verzeichnis also CD ich kann nochmal SU-I machen naja jetzt hat das okay so dann Root so wenn ich jetzt CD mache dann bin ich ja jetzt in meinem Root Verzeichnis also Slash Root also nicht im Home Verzeichnis sondern in Slash Root und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Touch irgendwas mache zum Beispiel Test Punkt Text ja einfach eine Textdatei versuche zu zu erstellen dann sagt er hier kann nicht berührt werden das Dateisystem ist nur lesbar ja das ist also wichtig wenn ich in einen Snapshot reinboote dann ist das gesamte Dateisystem nur lesbar ich kann da noch nichts ja machen im Prinzip und ihr könnt ja in dieser Datei die ich verlinkt habe unten in der Videobeschreibung da könnt ihr dann mal auch durchlesen wie man das Ganze dann lesbar machen kann schreibbar machen kann ich finde nämlich das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen wir sind jetzt schon bei ja fast zwei Stunden wenn ich das weil ich möchte wenigstens noch zeigen wie man das Ganze fix über Timeshift machen kann David Neugebauer hat jetzt nochmal einen Tipp gegeben dass man eine Hook in die Grub-CFG setzen kann damit es dann automatisch immer erzeugt wird das ist kann man tatsächlich machen zu Beginn allerdings würde das ja reicht das auch aus wenn man das jetzt quasi einmal neu erstellt nachdem man Snapper eingerichtet hat weil dann braucht man das nicht nochmal also das ist jetzt erstellt und das wird man kann ja ab jetzt immer drauf zugreifen ja ich weiß nicht warum ich das nicht machen musste oder vielleicht habe ich es auch gemacht und habe bloß vergessen hier aufzuschreiben bin ich mir jetzt nicht ganz sicher aber mit dem Hook ist eine gute Idee alles was man über die Hooks macht wird dann immer automatisch dann vom Kernel mit gesteuert das ist immer eine gute Sache aber wie gesagt das ist ja jetzt nicht mehr notwendig denn jetzt ist es ja da jetzt ist es immer in der CFG mit drin gut ich möchte jetzt mal ganz fix nochmal ausschalten und nochmal das ganze mit Timeshift zeigen das heißt wir fangen jetzt nicht nochmal ganz von vorne an keine Sorge so ich habe hier nämlich hier schon ein Arch erstellt Arch Timeshift okay das ist jetzt quasi dieselbe Installation so einmal es ist quasi dieselbe Installation die habe ich halt zweimal gemacht nur hier ist jetzt kein kein Snapper drauf es ist jetzt im Prinzip dasselbe nur halt ohne Snapper und ich will es nur zeigen wenn du das ganze jetzt halt ohne Snapper sondern mit Timeshift machen möchtest dann ist das mit Timeshift tatsächlich noch ein bisschen ja einfacher und zwar einfach Timeshift installieren mit paru minus s Timeshift und am besten Timeshift Autosnap auch gleich noch mit dazu Autosnap halt Timeshift minus Autosnap so das ganze einmal installieren auch über paru weil das über den Arch User Repository geht da werden noch ein paar Abhängigkeiten nach installiert und ich sage ja Passwort rein und jawohl bitte einmal installieren da wird jetzt auch chroni 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 dann installiert kann ich gleich noch mal testen Ultima Thule er fragt nämlich sicher also ob ich mir da sicher bin dass man das nicht jedes mal neu erstellen muss also ich würde sagen ja ich hatte kein Hook erstellt aber ich musste auch diese Grub Datei wir können es mal testen okay jetzt bin ich auf jeden Fall neugierig machen wir gleich nachher gehen wir noch mal in die andere Installation rein und dann und dann können wir mal gucken ob das dann funktioniert so wie wir jetzt hier sehen wird das ganze jetzt hier wirklich kompiliert das dauert halt ein bisschen jetzt ehe das richtig durchkompiliert ist ich hoffe dass das nicht allzu lange dauert so was haben wir noch so Aria Stark fragt aber bei Timeshift muss das System noch in die grafische Oberfläche booten oder sehe ich das falsch bei Timeshift wird jetzt automatisch eine grafische Oberfläche jetzt installiert quasi also Timeshift wird auch ausschließlich durch mit dem Grafikprogramm halt genutzt wenn ich jetzt hier nach Timeshift suche hier habe ich Timeshift so dann einmal erstellen dann kommt hier so ein Ersteinrichtungsassistent der hat schon erkannt dass es ein ButterFS System ist ich sage weiter jawohl ich sage weiter hier kann man dann im Prinzip dieses Schnappschuss Ebenen verwalten das ist das was wir vorhin bei Snapper in dieser Grafisch in dieser Konfigurationsdatei gemacht haben ich lasse das jetzt mal so wie es ist weiter und hier kann man Unterlaufwerke at home in Sicherung einschließen das ist in der Regel nicht zu empfehlen einfach weglassen und das lassen wir so wie es ist weiter und beenden und dann kann ich jetzt hier ein Snapshot erstellen und das ging dann rucki zucki hat er jetzt ein Snapshot erstellt ja und wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Terminal ein Update mal durchführe das zum Beispiel sudo pacman minus s y u für Update und dann Enter dann lädt er das Ganze dann runter also sagen wir mal ja so und unable to run timeshift autosnap please close timeshift and try again okay ich muss dann timeshift erstmal schließen deswegen hat er jetzt der Vorgang konnte nicht durchgeführt und konnte die Vorgangs Hux nicht hier haben wir jetzt auch wieder was mit den Hooks ne ah okay jetzt ich muss das nur starten so jetzt hat er hier ich pausere mal hier an der Stelle hat er jetzt hier automatisch bevor die Installation anfängt hat er hier automatisch ein Abbild erstellt ja ein Snapshot hier ist das eine Snapshot und hier dann der nächste Snapshot hier sieht man das dann auch und dann hat er erst die Aktualisierung durchgeführt ja und das ist dieses Timeshift Autosnap das ist dann hier bei Timeshift ja und bei Timeshift war es das im Prinzip schon da sind wir jetzt quasi fertig das können wir hier auch nochmal neu starten probieren einmal Neustart ich weiß gar nicht ob man da auch über das Grub drauf zugreifen kann das sind die Snapshots ja hier sind wir das sind die Timeshift Autosnaps before upgrade sieht man hier bei der Description ja und hier unten das ist dann das Snapshot was ich händisch erstellt habe ja da hat er das dann quasi automatisch jetzt mit ins Grub Menü genau da hat er das halt automatisch schon im Grub drin so dann ja machen wir mal raus ich werde das mal starten und dann beenden wir machen mal und dann nochmal das andere das gerade eben erstellte Arch Linux nochmal starten ich bin mal gespannt ob das mit der Grub CFG wie David Neugebauer das eben geschrieben hat ob das funktioniert jetzt wenn ich einen neuen Snapshot erstelle ob der diesen neuen Snapshot dann anzeigt ohne dass ich die Grub CFG nochmal neu erstellen muss so wir schalten das System jetzt hier aus so und ich starte jetzt das andere Arch Linux also unser Arch Linux nochmal so dann einmal jawohl Enter gedrückt ja und man sieht halt so ein frisch installiertes Arch das ist halt super schnell auch das geht also wunderbar X alles so ich werde jetzt hier Snapper GUI so dann werde ich jetzt hier einfach auf New machen nenne das Ganze jetzt nochmal letzter Snap so nennen wir den jetzt Cleanup ist auch Timeline einmal auf OK so dann hat er diesen Snapshot jetzt durchgeführt um 15 52 OK dann würde ich sagen einmal neu gestartet jawohl und dann können wir mal schauen und in der Tat ist dann das Ganze nicht drin das OK was muss dann in den in den Hooks drin stehen dann müssen wir das tatsächlich mal machen wo haben wir es der David Neugebauer da fehlt noch ein Hook wie kann ich das jetzt am besten mit den mit den Hooks machen können wir jetzt mal gemeinsam quasi dran arbeiten das Timeshift Autosnap hat aber die Grub CFG erstellt gehabt wie beim Updates genau das hat ja stimmt deswegen wurde das dann nämlich angezeigt einmal eingegeben also Timeshift ist auch dann wirklich diesbezüglich sehr viel nutzerfreundlicher und einfacher zu bedienen das ist ganz einfach so Snapper Support installieren OK Orko schreibt um Snapper automatisch in Grub zu integrieren musst du eventuell noch Snapper Support installieren OK machen wir mal Snapper Support ich nehme an das wird auch übers AOR zu finden sein also nehmen wir einfach mal Paro minus S und dann Snapper Support Snap Pack und Snapper Support OK ja das klingt gut dann machen wir das mal ja und ja das hat nicht funktioniert dann machen wir das nochmal so mal schauen so performing Snapper Post Snapshots for the following configuration Route 6 oder Route das ist gut dann ich glaube das sind dann ah hier jetzt kommt die Post Transaction Hooks werden gestartet das ist das was du was du meintest genau hier created Simlink jetzt wurde hier nämlich Rebuild Grub Butter FS neu erstellt tatsächlich dann hat das noch gefehlt dann hat das tatsächlich dann hat Snapper Support noch gefehlt das habe ich dann völlig ignoriert vergessen wie auch immer äh Snap Pack es gibt noch Snap ich glaube das hatte ich später nochmal nach installiert Snap Pack Grub nennt sich das jetzt weiß ich nicht ob das schon drauf ist ja und ich glaube das macht etwas ähnliches wenn ich sogar dann dasselbe auch ohne Autosnap ja ich glaube genau hier und hier hat er jetzt diese Hooks hier hat er jetzt im Prinzip alles gefunden bei jeder Installation hat er im Prinzip ein Snapshot erstellt ja und hier aufgelistet sehr gut und jetzt starten wir einfach mal neu ausschalten neu starten schön habe ich ja auch noch was gelernt ja sehr cool echt ey und das ist das coole bei bei einer Community so wenn man alles so zusammen macht so und hier haben wir die Snapshots so nennt sich so es kann sein dass jetzt der stream ein bisschen lag das liegt jetzt daran dass hier meine CPU gerade ein bisschen hoch gefahren ist aber ja das sind die Snapshots also das hat funktioniert das dann auf jeden Fall nicht vergessen Snap Packer und Snap Support und Snap Pack noch nach zu installieren gut dann einmal ganz normal reingebootet ich würde sagen wir sind jetzt soweit durch wir machen ja lassen das jetzt einfach so und ja gucken wir mal wo kann ich jetzt hier war das hier ja super ok genau können wir ja so lassen so jetzt sind wir beim letzten punkt angekommen und zwar den Q&A ich kann eigentlich nochmal die Agenda einblenden hier so wir sind jetzt quasi am Ende vom Livestream angekommen ich bedanke mich erstmal auch dass ihr noch so zahlreich drangeblieben seid also ich bin wirklich noch noch ziemlich down jetzt weil das war dann schon sehr 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 aufregend und ja das mit den Snapshots ist gar nicht mal so einfach wenn man das einrichten muss wer das jetzt nicht so kompliziert mag der soll dann am besten Timeshift installieren das geht wirklich am schnellsten und am besten mit Timeshift der macht das dann alles automatisch genau aber so gibt es jetzt auch wenigstens ein bisschen ja Zeitzeuge wie man das ganze über Snapper dann eben auch einrichten kann so jetzt könnt ihr vielleicht noch ein paar Fragen in den Chat stellen wenn ihr wollt vielleicht irgendwelche Ideen ich warte jetzt einfach noch mal ganz kurz ich sehe gerade mein Stream scheint ein bisschen zu hängen deswegen werde ich jetzt hier einfach mal das System wieder ein bisschen schonen ich werde jetzt hier einfach das Ganze mal ausschalten und herunter fahren dass die virtuelle Maschine weil sonst wird zu viel Speicher verbraucht so Erika ich danke dir recht herzlich fürs dabei sein und wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag so kennt jemand ein Tool um die wirkliche Größe eines Speichermediums zu erkennen ich kenne da keins so Aria Stark schreibt noch ich bedanke mich bei dir und allen die geholfen haben Snapper brauchbar zu integrieren vielen Dank für deine Mühen ich danke dir sehr Aria das erste mal dass du dabei warst und B auch dass du mich auf die Idee gebracht hast denn ich finde auch dass gerade Snapper durchaus wie wichtig ist dass das das gezeigt wird online weil ich habe dazu tatsächlich sehr sehr wenig gefunden so auch Videos und Video Tutorials besonders im deutschsprachigen Raum da scheinen sich wenige daran mal ausprobiert zu haben weil es dann doch ein bisschen Mühen braucht ne aber schön dass dir das gefallen hat vielen 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 Dank wie viele Kerne hat meine CPU muss ich 12 Kerne auch 12 Kern Prozessor habe ich AMD Ryzen 5 das war jetzt gerade eine Frage von CTT 20 nee CTT 220 NCM hat mich hat mir das gerade gefragt so dann Orko ich wünsche dir auch viel Spaß er sagt er muss jetzt weg dann was haben wir sonst noch so Klaus Münz auch an dich vielen Dank fürs Dabeisein Kenneth Düster vielen vielen Dank ich wünsche euch ein schönes Wochenende und Robot Nick schreibt was hältst du von dem Betriebssystem das ich dir geschickt habe jetzt muss ich nochmal überlegen hilf mir nochmal auf die Sprünge bitte sehr sehr gerne sehr gerne ja ich freue mich ich auch sehr gerne auch vielen Dank nochmal an Ermanon Mok auch fürs dabei sein und mitmachen und mitschreiben Fragen stellen Tipps geben und so weiter so App Society hat fragt nochmal dass ich ich habe ein OpenBSD Video gemacht ein SonntagsOS mit OpenBSD und er fragt jetzt wo sich dieses Video denn befindet kein Problem einmal auf Videos und das ist das war nicht OpenBSD das war FreeBSD sorry dann hatte ich mich dann im Chat mal vermacht ich habe ein SonntagsOS und zwar das SonntagsOS Nummer 26 dieses Betriebssystem ist die Großmutter aller Systeme das ist FreeBSD dann das heißt ich habe für OpenBSD habe ich tatsächlich noch kein SonntagsOS gemacht weil das ist auch das einzige BSD was ich gemacht habe sorry falls ich da das ein bisschen durcheinander gebracht habe aber OpenBSD ich werde es mir nochmal anschauen mal gucken ob ich das auch installieren kann BSD ist halt für mich auch so ein bisschen Fremdheit muss ich ehrlich auch zugestehen so super Stream vielen Dank jawohl sehr schön PinguinTV hier auch nochmal ein kleiner Shoutout bitte unbedingt seinen Kanal abonnieren auch er macht super tolle Videos ich danke dir fürs dabei sein PinguinTV und Peter schreibt nächsten Sonntag Gentoo live also Gentoo werde ich nicht live installieren weil dazu braucht das mit der Kompilierzeit auch einfach viel zu lange dann sitzen wir hier zum Teil dreiviertel Stunde rum und warten bis der fertig kompiliert hat und das muss nicht sein also Gentoo werde ich definitiv nicht als Livestream machen tut mir leid man könnte dann vielleicht wenn Gentoo schon installiert ist mal irgendwas mal als Livestream machen und ja China betrieben okay gut ich würde sagen ich wünsche euch allen jetzt einen schönen Sonntag macht noch einen schönen ruhigen ich werde mich jetzt auch erst mal wieder nach draußen begeben nochmal frische Luft schnappen ja und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder beim nächsten Sonntags OS bei der Nummer 37 dann abonniert den Kanal falls ihr noch nicht habt und kommt ruhig auch in den Matrix Chat Link und so weiter ist alles in der Videobeschreibung und ja was weiß ich schon ich bin ja nur so ein Typ im Internet Dos und bis Los ans hic sa